Blattbeton ist ein Verein für urbanes Gärtnern, sprich wir wollen im Stadtbild verankert Hochbeete installieren, hier einen Bürgergarten schaffen und hauptsächlich Obst- und Gemüse, regionale und alte Sorten rekultivieren und anbauen. Hier die Menschen im Bennohaus, die Leute, die hier auch in der Gegend wohnen können, sich beteiligen können, teilwerden von diesem Bürgergarten, wir wollen halt für das Viertel Arbeit betreiben und eben mit dem Bennohaus zusammen eigentlich diesen Garten gestalten, wollen aber auch im Bennohaus dann in Zukunft Seminare anbieten, sprich man kann hier einen theoretischen Input sich im Haus holen, kann aber auch direkt rausgehen und das dann praktisch erfahren. Untertitelung. BR 2018